So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, beziehungsweise mit der ersten, die ich heute mache. Ich habe mir gedacht, wir fangen damit an, nämlich, da, 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 wo ist es? Hallo? Da, sammle eine Waffe auf, während du rutschst. Ihr seht, die Waffen habe ich schon aufgehoben, aber ich habe es halt noch nicht mit Rutschen gemacht. Also, wir gehen hin, schmeißen die Eimer hin, dann gehen wir drei Schritte zurück, dann einfach nach vorne und zack, ganz schwere Aufgabe. Also, da, wo ihr rutschen habt, es reicht auch schon, wenn du nur, ja, ihr seht schon, dann einfach auf, äh, bei mir ist es halt X, einfach mitnehmen, fertig. Ich kann das ja mal gerade nochmal zeigen, zack, nehmen wir mal gerade alles hier hin, zack, zack. Wie gesagt, eigentlich, um so eine Idee zu kommen als Aufgabe, also, sind halt wirklich geschenkte Vivax. Also, einfach vorbei, ja, so soll es nicht gehen. Und, hallo, jetzt geht es Rutschen, aber gar nicht, da, zack, zack, und schon habt ihr das Ganze. Ich denke mal, es sollte eigentlich jeder hinkriegen, wenn ja, wenn du trotzdem auf dem Video bist, hat es anscheinend nicht geklappt. Gern ein Like da lassen, gern ein Abo da lassen und in dem Sinne, haut rein. Gern ein Abo da lassen, ja, wie gesagt, da, zack, 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 zack.